Willkommen zurück zu äh The Witch House Wir spielen jetzt da mal ein bisschen weiter und, ja, haha, ich hab jetzt schon Spaß Die, ja Die Blumendamen sind wunderschön, wo man sprechen Das sind ihre Charakteristiken Die weiße Blume ist die schönste im ganzen Garten Petals, ach ja, Blüten Ah Rote Lügen, gelben Äh, heh, heh Vor gelben Blumen sollten wir Angst haben Merkt euch das Nein, da schauen wir nicht ansatzweise Was auf dem Tod brennt Medizin Reset Cough Medizin Wird ja einfach mal angespuckt Okay, reden wir mal mit dem Kuh Ach nee Schade Darf ich nicht Okay, dann Oh mein Oh, ich hab große Arme Oh ja, ich soll die weiße töten Oh, hier geht's rein Willst du mich verarschen, Digga? Ein Mädchen kranken, nein Oh, oh Ja, ich will eigentlich nicht mit dir spielen Ich glaube, ich will nur abhauen X die Blumen und du stirbst auf Okay Wer ist ne Wen soll ich töten? Ich glaube, ich soll die weiße rausreißen Und dann sterbe ich wahrscheinlich Ich reiß jetzt einfach mal raus Oh, Alter The Keeper of Time Ähm Ähm ... weder das Schneiden noch das Ausrufen. Okay. Keiner der drei Wege gemachten zurück sind zum Ordensweg. Du sollst aufgeben, das heißt die Lügen. Entweder, also es schneiden und entwurzeln ist es nicht. Ah, schneiden. Weil wenn ihr das hier lest und dann nachdenkt, die Lügen. Das ist blau, das ist gelb. Und das ist gelb, das ist rot. Das heißt, wir haben blau, rot, gelb. Der sagt, dass gelb und rot das Richtige ist, also das Falsche. Also das Blaue. Aufschneiden. Dann hat der ja recht gewonnen. What? Ich habe einen Skull, okay. Moment, kann ich das hier rüberwerfen? Nö. Ich lese den kurz nochmal. Die weiße ist am schönsten. Und... Es liegen blühen immer. Das kann... Okay. Wir brauchen Medizin, das heißt wir müssen das Ding aufschneiden. Moment, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir speichern. Abflug und placken hier ab. Okay, das war's nicht. Das wird echt flügen. Oh, okay. Jetzt habe ich Flower Padworks. Okay, da das mich töten kann, sollte ich... Nein, darf ich leider nicht nehmen. Yay. Ja, ich hab's alle gehört. White Powder. Das ist man. Ja, ich geb's dir, ja. Boah. Ah! Vielleicht jetzt ist Skull. Okay. Irgendwas, um die Medizin zu benutzen. Versteckt in der Dunkelheit. Ah, okay. Jetzt ist das hier weg. Nein. Schätzbar, ich muss Skelette finden. Nein, das fasst mir noch nicht an. Wahrscheinlich werden wir noch nicht sterben. Äh, Moment. Das heißt... Wir können jetzt hier reinfassen. Und wahrscheinlich sterben. Yay. Ja, versteck in der Dunkelheit. Okay. Oh, ein sensibare Vogel. Find ich cute. Warte mal, vielleicht hat der ja Angst. Geil. Nein, er sagt gar nichts. Ah, die haben nämlich schöne Kamerasatz. Das wird uns töten. Das ist creepy. Das hier ist Versteckend in der Dunkelheit. Äh... Für was? Ich hab's hier. Ich hab's hier. Ich hab's hier. Ich hab's hier. Aber ich hab's hier. Ich hab's hier nicht. Nein. Ich hab's hier. Ich hab's hier. Nein. Nein, da geh' mir erst mal nicht hin. Äh... was? Pass with colorless shoes? Okay. Äh, was? Äh... Oh... Erkennt da irgendjemand ein System? Unten, unten, rechts, unten, links, unten, links, unten, links, unten, rechts, unten, links, unten, rechts... Nein, ich erkenne da kein System. Nein, ich erkenne da kein System. Oh, pullen wir einfach! Aufzug? Okay, das ist es nicht. Wir haben noch ein Pitch Black. Wir haben noch mal wieder unten. Ich steck mal Dunkelheit und um etwas in die Medikation zu benutzen. Hm... Könnt ihr vielleicht... No, schickt nix neues drin. Warte mal. Warum nimmst du das nicht einfach auf? Ach, der war einmal. Der ist gestorben. Okay, ihr wollt mich voll verarschen. Begun Center? Zuerst nach vorne, dann nach rechts. Zuerst nach vorne, dann nach rechts. Zuerst nach vorne, dann nach links. Okay. Okay, ich soll da abbauen. Jetzt gehe ich wieder rein. Yay. Okay. So, dann haben wir jetzt ne Flasche. Begeben wir ihr jetzt mal. Scheinbar soll das nicht. Hier, dann. Okay. Noch nicht. Hm. Auch noch nicht. Jetzt kann ich mit ne Flasche mit Dingern anfangen. Hm. Ich kann damit nichts anfangen. Also. Können wir nochmal hier rein. Also, er fing an... ...nach vorne. Moment, kann ich hier. Nein, jetzt soll ich nicht anspringen. Schauen wir uns noch mal das... Schauen wir erst noch mal ganz kurz hier rein. Hm, hm. Muss eigentlich die Bottle müssen. Hm, hm. Hm, hm. Okay. Okay. Der Skelett-Soldat. Selbstinter... ...ja. Im Center. Vorne, rechts, links, vorne, rechts, links. Vorne, rechts, links, vorne, rechts, links, vorne, rechts, links. Okay, schauen wir mal kurz hier nochmal rein. Okay. Vorne... Da geht... Rechts, links. Vorne, rechts, links. Das heißt, hier der... ...muss nach vorne. So in der Mitte wieder. Vorne. Rechts, links, vorne, rechts, links. Vorne. Links, rechts, hä? Okay. Vorne, rechts, links, vorne, links. Da muss ich hier dann nach rechts zeigen. Glaub ich. Glaub ich. Vorne, rechts, links, vorne, rechts. Da muss ich hier dann nach links zeigen. Links, okay. Vorne, rechts, links, vorne, rechts, links. Vorne, rechts, links, vorne... Und hier da oben, rechts, links... Hä, scheiße, ich hab irgendwo einen Fehler. Hier fangen wir dann bitte an. Wir gehen vorne, rechts, links, vorne... Ha, nee, das fängst sowieso anders an. in der Mitte, der Leitz nach oben. Vorne, rechts, links, vorne, rechts, links, vorne, links, rechts, rechts, reinstecken. Ah, hier unten sind wir dann. Rechts, links, vorne. Ach, scheiße, das geht nicht. Vorne, rechts, links, hier entdecken. Ah, ich habe keine Ahnung. Nach dem Kreischen später kommen, wenn ich es weiß, wenn ich mit dieser Petal Flower Bing, Bong, Bang, da auch tun soll. Ja, sehr schön. Was sollen wir denn hier drin tun? Soll den Meister der Zeit nicht stören? Speichern wir mal, stören ihn kurz und danach... Renn doch, renn doch, renn doch! Fuck you! Okay, damit enden wir dann erstmal den Part und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Mhm.